Allergisches Asthma, atopisches Asthma Das allergische Asthma ist mit rund 70% die häufigste Form von Asthma-Bronchiale. Die zugrunde liegenden Allergien können vielfältig sein, sehr oft tritt Asthma im Zusammenhang mit Heuschnupfen auf. Asthma-Bronchiale ist eine chronische, heterogene Erkrankung, der eine permanente Entzündung der Bronchien zugrunde liegt. Unter den chronischen Krankheiten ist Asthma eine der häufigsten, bei Kindern sogar die häufigste. In Österreich sind etwa 6% der Erwachsenenbevölkerung betroffen, bei Kindern ist die Häufigkeit von Asthma mit 10% fast doppelt so hoch. Was ist allergisches Asthma und wie äußert es sich? Die häufigste Ursache für Asthma sind Allergien. Bei einer Allergie handelt es sich um eine überschießende Abwehrreaktion des Immunsystems gegen an sich harmlose Substanzen wie etwa Pollen. Plus Plus mehr zum Thema, Allergie Plus Plus Die bekannteste Form einer Allergie ist der Heuschnupfen, unterschiedliche Pflanzenpollen verursachen bei den Betroffenen eine rinnende beziehungsweise verstopfte Nase, Niesreiz sowie häufig auch juckende Augen. Die Schleimhäute der Bronchien sind ähnlich aufgebaut wie die der Nase und können daher in vergleichbarer Art auf Allergien reagieren. Auf diese Weise kann es zur Entstehung von allergischem Asthma kommen. Dabei schwillt die Schleimhaut der Bronchien an, es wird verstärkt Schleim gebildet und die Atemwege verengen sich. Als typische Symptome entstehen anfallsweise Husten, Atemnot und ein enge Gefühl in der Brust. Asthma Bronchiale hat allergische und nicht allergische Auslöser, wobei auch Mischformen vorkommen können. Der häufigste Auslöser ist die Allergie und hier besonders ganzjährige Allergiene wie die Katze oder die Hausstaubmilbe. Weitere häufige Allergene sind, Hase, Erle, Birkenpollen, eine Allergenfamilie, Gräser und Roggenpollen-Tierhaare, zum Beispiel Hund, Meerschweinchen, Bratte, Schimmelpilzsporen, zum Beispiel Alternaria, Kladdosporium, Benecillium. Manche Asthmatiker reagieren mit einer Verengung der Bronchien auf Medikamente wie etwa Deklofenac oder Acetylsalikylsäure. Hierbei handelt es sich zwar nicht um eine allergische Reaktion, trotzdem kann dieses Aspirinastma sowohl Allergiker als auch Nicht-Allergiker betreffen. Aber auch physikalische Reize wie Kälte oder Anstrengung Exerzise in Ducid-Astma, hormonelle Einflüsse, Hormonsatztherapie, Pyramenströles-Astma, Irritative Reize wie Zigarettenrauch oder virale Infekte sind klassische Auslöse von Asthma-Bronchiale. Bei den meisten Erwachsenen mit Asthma liegt eine Mischform vor, das heißt sowohl allergische als auch nicht-allergische Reize können einen Asthma-Anfall auslösen. Verschiedene Reize können sich dabei gegenseitig verstärken. Beispielsweise kann körperliche Anstrengung oder Rauchen die Empfindlichkeit der Bronchial-Schleimhaut gegenüber Allerginen erhöhen. So vielfältig wie die Auslöse ist auch das Erscheinungsbild der Erkrankung. Die Asthma-Symptome können von Patient zu Patient stark variieren. Typisch für Asthma-Bronchiale sind Episoden von Husten und Giemen, eventuell mit Auswurf, zumeist auch nächtlichem Husten, gefolgt von mitunter längeren beschwerdefreien Intervallen. Es kann aber auch zu schweren Atemnot-Anfällen mit Erstickungsgefühl und Todesangst kommen. Sowohl die allergische als auch die nicht-allergische Orhinitis haben bedeutenden Einfluss auf den Verlauf von Asthma-Bronchiale. Plus plus mehr zum Thema, Asthma plus plus was ist die Ursache für allergisches Asthma? Warum manche Menschen Allergien und somit auch allergisches Asthma-Bronchiale entwickeln, ist bis heute nicht ganz klar. Dennoch kennt man einige Faktoren, die das Auftreten einer Allergie bzw. von allergischem Asthma begünstigen, beim allergischen Asthma spielt die erbliche Veranlagung eine große Rolle. Kinder, deren Eltern beide an dieser Form des Asthma-Bronchiale erkrankt sind, haben ein erhöhtes Risiko, ebenfalls Asthma zu entwickeln. Die Erkrankung tritt, ebenso wie Allergien, familiär gehäuft auf. Auch Umweltfaktoren sind an der Entstehung von allergischem Asthma beteiligt. Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft rauchen, haben ein erhöhtes Risiko, späte Allergien, Heuschnupfen, allergisches Asthma, Neurodermitis, zu entwickeln. Dasselbe gilt für Kinder, die regelmäßig passiv Rauch ausgesetzt sind, auch bei ihnen ist das Risiko für Allergien und allergisches Asthma höher als bei Kindern, die rauchfrei aufwachsen. Ebenso werden übertriebene Hygienemaßnahmen in der Kindheit als mögliche Risikofaktoren für das Entstehen von Allergien diskutiert. Zuletzt können auch virale Infekte in der frühen Kindheit, Rehnevirusinfekte, AS-Virusinfekte, zur Entwicklung von Asthma-Bronchiale führen. Allergisches Asthma ist mit etwa 70% die häufigste Form von Asthma überhaupt. Es tritt meist schon im Kindes- und Jugendalter auf, kann sich aber auch erst im Laufe des Lebens entwickeln. Wird eine bestehende Allergie, zum Beispiel Heuschnupfen, nicht oder nicht ausreichend behandelt, kann die Erkrankung fortschreiten. Etwa 25-40% aller Patienten mit unbehandeltem Heuschnupfen entwickeln im Laufe der Zeit ein allergisches Asthma, man spricht dann von einem Etagenwechsel. Plus plus mehr zum Thema, allergischer Schnupfen und Etagenwechsel plus plus wie wird allergisches Asthma festgestellt? Die Diagnose beginnt mit einer genauen Erfassung der Beschwerden und der Frage, ob in der Familie allergische Erkrankungen bekannt sind, zum Beispiel Neurodermitis oder Pollenallergie. Weitere wichtige Fragen betreffen den Kontakt mit Tieren, Pflanzen oder Nahrungsmitteln sowie andere Faktoren wie den Beruf, welche die Beschwerden auslösen können, beziehungsweise ob ein jahreszeitlicher Zusammenhang mit den Symptomen besteht. Nach dem Gespräch wird der Arzt im Zuge einer körperlichen Untersuchung den allgemeinen gesundheitlichen Zustand überprüfen. Der wesentlichste Diagnose-Schritt ist die Messung der Lungenfunktion mittels Spirometrie. Diese kurze und schmerzlose Untersuchung kann aber erst ab dem fünften Lebensjahr durchgeführt werden. Dabei bläst der Patient in das Mundstück eines Geräts, das die Kraft und die Geschwindigkeit des Atemstroms misst. Für die Asthma-Diagnose sind vor allem drei Messwerte wichtig, das höchstmögliche Fassungsvermögen der Lunge, die Vitalkapazität VC, die Menge an Luft, die man in einer Sekunde ausatmen kann, die Sekundenkapazität FF1, das Verhältnis von Sekundenkapazität zu Vitalkapazität, FF1-VC. Wenn das Verhältnis FF1-VC weniger als 70% beträgt, liegt eine Verengung der Bronchien, bronchiale Obstruktion, vor. Zumeist liegen bei Asthma auch FF1-VC unter den Normwerten, bei schwerem Asthma sogar sehr deutlich. Es gibt aber auch den Fall, dass nur die kleinen Atemwege, jene unter 2 mm Durchmesser, verengt sind, dann spricht man von einer Smale-Eva-Istisiase. Mit einem sogenannten Reversibilitäts-Syst kann die Diagnose abgesichert werden. Dabei bekommt der Patient ein Medikament zum Inhalieren, das die verengten Bronchien erweitert. Nach 10 Minuten wird die Lungenfunktion noch einmal gemessen. Ist dann der FF1 um mehr als 12% höher als vor der Medikamentengabe, ist die Diagnose Asthma so gut wie sicher. Plus plus mehr zum Thema, Diagnose Asthma plus plus besteht der Verdacht auf allergisches Asthma, wird, egal, in welchem Alter, zusätzlich ein Allergietest durchgeführt. Dabei wird nach jenen Allergien gesucht, die das Asthma auslösen. Der Standardtest ist der Bricktest, ein Hauttest, bei dem die wichtigsten Allergene, Katze, Hausstaubmilbe, Gräser oder Birkenpollen-Egg, in flüssiger Form auf die Haut aufgetragen und anschließend die Haut zart angeritzt wird, Bricktest. Im Falle einer allergischen Reaktion kommt es an der entsprechenden Stelle nach etwa 20 Minuten zu einer Hautquadde. Beim Bluttest werden drei Parameter bestimmt, Gesamt-Igge-spezifisches Ige-Eosinophile-Egg, Eosinophil-Katzenisches Protein, Eosinophilen-Aktivierung, das Gesamt-Igge gibt Hinweis auf eine erhöhte Allergeneigung. Das spezifische Ige zeigt die Höhe des Antikörperspiegels gegen ein spezielles Allergen, welches zuvor im Bricktest positiv war, an. Dieser Wert ist wichtig, um etwa eine spezifische Immuntherapie zu beginnen. Bei positiv im Bricktest muss der Bluttest nicht automatisch auch positiv sein. Das ist der Grund, warum der Bricktest nicht durch eine alleinige Blutabnahme ersetzt werden kann. Ist eine bestimmte Gruppe von weißen Blutkörperchen, die sogenannten Eosinophilen, vermehrt, so kann es sich um allergisches, aber auch nicht allergisches Asthma handeln. Das Vorhandensein einer Eosinophilie ist ein wichtiger Marker für die Behandlung sowie auch für den Verlauf des Asthmas. Allergischer Schnupfen Etagenwechseltherapie des allergischen Asthma und die Vergangenheit entscheidet.